Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss In Frankfurt am Main explodieren am 11. Mai drei Bomben In einem Bekennerschreiben verlangt die RAF eine Beendigung des Vietnamkriegs Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geöffneten Verhältnissen Wie kommen sie zu ihrer Tat vor allem? La seule chose où l'Allemagne est vraiment sûre, c'est dans la jeunesse